So, liebe Leute, willkommen auf dem neuen Format von mir, Kalle trifft. Und heute treffe ich den Fliegen Uwe, sehr naheliegend. Mein Chef oder mein Geschäftspartner, weil... Hamburger Jung. Hamburger Jung, wir sind ja, ich bin ja bei ihm unter Vertrag gekommen. Er hat mich unter Vertrag genommen, weil ich ein geiler Typ bin und das Ding rocken soll. Nein, Uwe hat mich einfach weggeschnappt vom freien Markt. Und jetzt machen wir zusammen verschiedene Projekte. Heute ist Uwe mein Gast auf Kalle trifft Channel. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal so ein bisschen was von meiner alten Hood, vom Kiez. Wir sind auf St. Pauli hier. Ich zeige euch mal, wo ich gewohnt habe, wie ich hier gestartet bin überhaupt. 92, ich bin 91 von Berlin weg, dann 92 hierher. Und nee, ich bin 91 nach Pinneberg gezogen. Dann wurden wir mit dem Führerschein weggenommen und deswegen bin ich auf dem Kiez gezogen. So was, zwei Jahre haben sie mir weggenommen. Schön zentral, sagst du, wa? Ja, wirklich, weil ich musste ja immer zum Olympic zum Training. Und ich war jeden Tag drei Stunden in der scheiß S-Bahn gesessen. Zweimal Training, jedes Mal 45 Minuten zurück. Ach du Scheiße, ja, ja. Und dann hat im Sportstudio jemand hier gesagt, wir haben hier gerade das Haus neu gebaut. Das war damals wirklich ein Neubau, weil es ist abgebrannt. Wir mussten sie komplett neu aufbauen. Haben natürlich auch die Mieten verdoppelt gleich. Aber war immer noch entspannt für mich gewesen. Kommt mal mit, ich zeige euch das mal. Hamburger Bike 1, direkt beim goldenen Handschuh. Hier war wirklich Polen offen. Das war so krass hier immer gewesen. Vor allen Dingen, was hier früh abgegangen ist dann so. Am Wochenende, auch in der Woche, das war unbeschreiblich. So, hier drüben haben wir den goldenen Handschuh. Kannst du ja mal zeigen. Ja, ja, ja. Und der Balkon da oben, der zweite, das war meine Wohnung. Der kleine hier. Was hat da so Miete gekostet damals? 900 Mark. Die war vorher 450, dann ist zufällig das ganze Haus abgebrannt. Dann wurde es neu aufgebaut und dann haben die 900 Mark gekostet. War das auch jetzt, wo das gebrannt hat, wo man die Leichen entdeckt hat? War das der Brand? Nee, 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 das war ein anderer Brand. Ich weiß auch nicht, wie das zustande ist. Das hat ja irgendwie am Dach oben gebrannt und so weiter. Genau. Das war ja auch alles ganz weit oben. Und da gibt es eine lustige Story. Ich habe mal John-Pierre Fuchs hier eingeladen. IFBB Pro. Größte Monster damals, was es mit gab zu der Zeit. Der hatte hier einen Gastauftritt und bei der Hamburger Meisterschaft. Und hat hier dann so im Olympikseminar gegeben. Und den habe ich halt hier bei mir beherbergt. Und der stand auf dem Balkon, auf das Ding, was man hätte eh schon nicht raufgehen dürfen. Und hat runtergeguckt hier und hat gesagt, Alter, Heiko, ich brauche ja gar keinen Fans. Das ist ja, ich würde den ganzen Tag nur auf dem Balkon stehen und gucken, was hier abgeht. Da haben wir mal hier auf dem Balkon, haben sie dann gefügelt. Oh, nicht schlecht. Hat die gar nicht gestört, dass da Leute sind. Einfach, wenn die besoffen waren am Feiern, haben die da oben dann losgefügelt. Also das war sozusagen dein Anfang hier, ja? Das war mein Anfang. 92 bis 2000 habe ich hier gewohnt. Und habe aber selber auf dem Kiez nichts zu tun gehabt. Habe meine Geschäfte, den umliegenden Puffs gemacht. Und bin dann, wie ihr alle wisst, 2000 Profi geworden und wollte dann so sauber mein Image haben. Wollte das hinter mir lassen, weil das war ein Teil von einem Abschnitt. Das hat mich so weit angetrieben, um Weltmeister und Profi zu werden. Und dann musste ich hier weg, bin ich nach Berlin, Trainerwechsel gemacht, Wohnungswechsel. Hat alles nichts genützt, aber ich habe meine Profikarriere dann von Berlin aus bestritten. Bin dann zwischen Amerika und Berlin dann immer gependelt, weil es in Europa zu meiner Zeit ja keine Shows gab. Und bin dann, wie ihr alle wisst, 2008 habe ich mich ja verletzt. Da habe ich mir hier die beiden Quadrizip abgerissen. Wie kam das? Beim Go-Kart fahren. Ach die Scheiße. Mit den Berliner Jungs. Ganz sinnlos, ja? Total sinnfrei. Obwohl, ich wollte jemandem helfen und bin mit 140 Kilo, wollte ich aus dem Ding so katapultartig springen. Und dabei ist es passiert halt. Krass. Ey, Uwe, das waren Schmerzen, das kann ich dir nicht vorstellen. Das war wirklich Abarbeit. Das hat schon wirklich Peng gemacht, ey. Und dann war ich, wie gesagt, in Berlin, hatte ich eh, ja, das ist mir alles zu windig geworden da irgendwie, weil ich war ja da auf der Oranienburger Straße dann tätig gewesen. Und das hat auch alles nicht mehr gefetzt. Es ist halt, ja, Menschen verändern sich halt. Und ich habe ja damit angefangen, weil es cool war, weil ich loyale Leute um mich rum haben wollte und weil es einfach geil war, ein anderes Leben. Das war genau mein Ding so, ne? Ja. Und wenn die Leute dann uncool wären und dann so im Hintergrund Scheiße läuft oder die, mit anderen Worten, die nicht mehr gerade sind, dann muss ich mich verpissen, weil ich kann mir die Scheiße ja nicht mehr reinziehen. Okay, okay, ja. So, dann habe ich so alles vorbereitet für hier. Habe jemanden kennengelernt, der hier zu tun hat, Offenkiez. Der hat mich dann rüber geholt von Berlin, hat mir alles beigebracht, wie hier die Regeln sind. Hier waren ja dann ganz klar definierte Regeln, das war wirklich generalstabsmäßig durchorganisiert. Hätte man auch so eine oder andere Dokumentation auf YouTube mittlerweile, glaube ich. Hat mir total Spaß gemacht, weil durch meine sportliche Laufbahn weiß ich ja, dass nur durch Regeln und Disziplin alles funktionieren kann. Dann macht man so halbe Scheiße, weißt du selber, Uwe, funktioniert nicht. Ja, dann ja Pflichtse. Und das konnte ich halt mit hierher nehmen und dann habe ich hier dufte Jungs kennengelernt. Ich war auf der anderen Seite, hinter dem Hans-Albers-Platz, da ist die Rotlichtkneipe, wer schon mal hier war. Das war unser so Headquarter gewesen, so kann man das nennen. Und dort habe ich dann mit den Jungs so abgehangen und von dort aus haben wir unsere Unternehmung geplant, von dort aus haben wir den Stress beseitigt und dies und das. Oh ja, guck mal, Zuhörer, umsonst auch noch. Gratis. Bist du auf Observation oder war das am Feierabend? Was wir gerade einfielen nochmal zum goldenen Handschuh, ihr kennt ja alle Fritz Honka. Genau. Aber ich glaube, die Wohnung war ja woanders, die war ja nicht direkt drüber, die war ja irgendwo woanders die Wohnung, glaube ich. Weil ich habe eben gesagt, wegen dem Dachbrand und blablabla, aber ich glaube, das war ein ganz anderes Haus. Ein paar Häuser weiter, glaube ich. Wie? Erzähl. Ottensen war das. Ah, okay. Ich denke, der hat die von hier einmal abgeschleppt gleich. Achso, ich dachte, das war so in der Nähe von hier auch seine Bude. Ah, okay. Interessant. Also hier haben wir einen direkten Nachfahren von Honka, der uns genau erzählen kann. Von der Hamburger Energiewerke hier. Siehst du, wusste ich selber nicht. Wäre ich auch nicht krass. Ja, ja. Und übrigens, der Handschuh, der hat noch nie geschlossen gehabt. Genauso wie der Elbschlosskeller. Ich war noch nie zu, seitdem, seit 50er Jahre oder so. Also ich bin ja mal ehrlich, ich würde da gerne einmal mal reingehen, um mir mal ein Bild zu machen. Ich weiß nicht, ob wir da so einen filmen dürfen. Keine Ahnung. Wegen mir, ich habe da keine Schmerzen mit. Im Gegenteil, der Betreiber, der Sohn, der ist ja jetzt der Chef, glaube ich, mit dem war ich immer gut gewesen. Aber ich habe mich da, wie gesagt, da ging es die Treppe runter und dann ging es zur S-Bahn, ins Sportstudio und fertig. Moin. Können wir dir helfen? Möchtest du einmal hier vortreten? Okay. Eine Uhr? Nee, ich habe mein iPhone. Unbedingt. Noch. Noch? Achso, was soll das denn halten? Lauf mal noch eine halbe Stunde. Und dann? Lauf mal noch eine halbe Stunde. Ich laufe auch drei Stunden hier. Ja, ja. Hast du kein iPhone mehr? Ja, ich glaube, ich bin mir da nicht so sicher, du. Ach, Uwe, einfach nicht diskutieren mit Summelhofen. Die ist komplett auf Sendung. Nein, ich kenne das zum Beispiel aufgrund der Drogenvergangenheit mit meinen Eltern und so weiter, weiß ich ganz genau, ob ich mit solchen Leuten umgehen kann. Ja, hier gibt es eine Sprache auf dem Kiez. Hier muss die direkt schlafen legen und ist leider so, hört sich scheiße an. Ob Mann oder Frau, wenn die auf Sendung sind, die sind ja teilweise wie Tiere. Oder so. Oder benehmen sich zumindest so. Und das Gehirn ist ja komplett abgeschaltet. Das ist auf einem anderen Planeten. Ja, ja. Und wenn du dich retten willst vor sowas, geht nur. Entweder rennst schnell weg, gehst weg. Und wenn die die auf dem Sack gehen, musst du einschläfern. Geht nicht anders. Einfach mal weggehen. Wenn die dich immer noch verfolgen und du dann wirklich Hand anlegen musst, das ist dann aber weg. Auf alle Fälle. Einfach. Hamburger Berg hat sich auch viel verändert. Viele Läden sind geblieben. Hier ist auch immer richtig was los am Wochenende, muss man dazu sagen. Weil es alles so kleine Billiglädchen sind. Großes Bar. Und die ganzen Sachen machen. Hier sind ja auch viele Studenten. Hamburger Berg ist ja so richtig für wenig Geld saufen. Richtig. Richtig. Hier gab es auch mal einen Verräter, Türsteher, mit dem ich Stress hatte. Den Namen sage ich jetzt nicht. Ja. Voll die Piepe. Gegen alle Kiezregeln verstoßen. Und das war auch ein Grund, mit hier zu scheiden. Weil seine ganzen Türsteherkollegen, die haben das gedeckelt. Normalerweise hätte man sowas verjagt für die Nummer, die abgezogen hat. Und wie gesagt, ich kann so einen Scheiß nicht ab. Ich muss dann schnell weggehen. Im Hintergrund spricht jemand mit dem Mülleimer, das ist hier ganz üblich auf dem Kiez. Jetzt müsste man normalerweise die Henschel nochmal starten hier. Aber... Das war eine legendäre Szene, muss man mal sagen. Ich glaube, die wird das so auch nie wieder geben. Ich glaube, der eine oder andere hat versucht zu kopieren wahrscheinlich so. Aber das war so passen. In der Freiheit, wo das war. Ja, genau. Wenn du Bock hast. Geh weiter. Müssen wir mal einblenden. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So. Komm weiter. So. Bevor wir euch schwere Jungs und fette Tüten zeigen, zeige ich euch erstmal ein fettes Angebot von Smile Odds, was es zur Zeit gibt. Wir haben nämlich alle Produkte bis zu 50 Prozent vorreduziert. Ab einem Mindestbestellwert von 70 Euro bekommt ihr mit den Athletenrabatts. In dem Fall ist es Uwe oder Heiko. Nochmal 20 Prozent obendrauf. Wenn euch das immer noch nicht reicht. Bei einem Mindestbestellwert von 100 Euro gibt es ein T-Shirt oder einen Top obendrauf. Immer obendrauf. Und bei einem Mindestbestellwert von 200 Euro haben wir eine hochqualitative Leggings und eine hochqualitative Regenjacke für euch. Einfach mit in den Warenkorb packen. Habt ihr dann alles gratis obendrauf dazu. Viel Spaß beim Shoppen. Viel Spaß beim Tragen. King Kalle. So, das ist wie gesagt, hier bin ich gestartet von 1992 bis 2000. Dann war ich bis 2010 in Berlin und Amiland. Dann bin ich 2010 wieder zurückgekommen. Dann bin ich auf die andere Straßenseite gewechselt rüber. Also viele wissen ja nicht, wie das hier aufgeteilt ist für dieses Jahr das Kiez alles eins. Ich habe gelernt, dass man die Straßenseite meidet. Weil erstmal gehört es zu anderen Klicken und dann gibt es hier nur Ärger. Und den unnötigen Ärger, den kann man ja vermeiden. Wenn ich mich da drüben für was gerade machen muss, weil die jetzt die Frauen belästigt haben, angefasst haben, geschlagen haben, dann sowas doßt man ein, ganz klar. Aber hier jetzt irgendwas probieren. Und man darf nicht vergessen, auf St. Pauli ist alles besoffen oder auf Droge. Und ich kenne ja sicherlich viele von den Frankfurter Warnungszütteln oder keine Ahnung was. Man muss dann nicht versuchen ins Wespennest zu stechen. Auch wenn man dann vielleicht nur ein kurzes Zeichen geben muss, dann sind die anderen Jungs da. Aber man bringt die alle unnötigen Schwierigkeiten. Weil das sind alles Kinder von Traurigkeit gewesen, mit denen wir hier zusammen waren. Und wenn jemand von uns in Gefahr war, dann gab es natürlich richtig Strafe halt. Also da wurde nie diskutiert. Da wurde einfach raufgesprungen. Fertig. Und um das zu klären. Guck mal, die sammelt jeden voll. Das gibt's nicht jeden voll, Alter. Ja, und das ist wie gesagt die Scheißseite eigentlich hier. Deswegen war ich hier nie gewesen. Das war wirklich wie so eine Trennlinie. Ich bin nicht feiern gegangen hier. Das war alles tabu, weil ich so gelernt habe und Regeln respektiere ich halt. Ja. Und hat ja auch sehr gut funktioniert für mich. Das heißt auch im Endeffekt, also nicht feiern, keine Drogen nehmen. Feiern auf jeden Fall, keine Drogen nehmen. Das war bei uns. Ja. Also bei uns war so stillgeschriebenes Ding. Unsere Trinke, wir nehmen alle keine Drogen. Ja. Feiern natürlich Wochenende, wenn du posieren gehst. Ja okay, dann musst du, das ist ja eigentlich dein Job auch. So nett, ein bisschen networken. Genau, Flaschen auf den Tisch stellen oder ein paar Flaschen auf den Tisch stellen. Also posieren wollen wir das mal für den einen oder anderen erklären. Viele kennen das Wort ja auch gar nicht. Ja, Posage. Weil wenn man am Wochenende lernt, man halt seine neue Belegschaft oder seine Freundschaft oder Freundinnen kennen. Und dann ist man natürlich so, wie man in der Disco normal eine Freundin kennenlernt. Genau. So gehen wir auch. Bloß wir haben halt ein anderes Ziel im Hinterkopf. Genau. Und es muss aber passen. Wie gesagt, bei uns hat sich von allen anderen Systemen in Deutschland unterschieden. Kann man wirklich ganz klar sagen, hier wurde niemand dazu gezwungen. Wer gehen wollte, los, komm packen, tschüss, auf Wiedersehen. Hat halt nicht gepasst. Weißt du? Ja. Also nicht wie man das aus dem Fernsehen kennt. Die wurden an der Heizung gekettet mit Kippen gequält oder so in Schwachsinn. Ja. Aber es gab halt auch klare Regeln auch für die. Da haben sich aber die Frauen untereinander drum gekümmert. Also so, dass die Jungs da nicht drauf ... Ah, klar. Die Jungs hier waren die Damen. Die haben das den neuen Damen alles gezeigt, beigebracht und auch die Regeln beigebracht, dass das hier alles vernünftig funktionieren kann. Also wenn ich da jetzt nicht so ins Detail gehe oder nicht so ein bisschen verhalten bin, dann mache ich das einfach aus Respekt der Sache hier gegenüber. Und nicht, weil ich es euch nicht erzählen will, sondern ... Es geht einfach niemand was an, wie das Geschäft hier läuft. Versteht. So, und fertig ist der Lack. Und ja, jetzt latscht mal Richtung Große Freiheit. Absolut kranke Partymeile. Da steht auch ... Da war ich auch sehr gerne. Ich fahr mal sehr gerne Große Freiheit 36. Das war immer so mein Laden. Da waren aber viele Konzerte und Events und sowas. Ja, genau. Richtig. Oder im Halo war ich auch sehr gerne. Gibt es das Halo noch? Ich weiß gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ist das nicht ziemlich weit vorne hier? Ja, genau. Ich glaube, da steht mein Freund Björwig an der Tür. Den besuche ich abends noch. Das ist das Halo. Genau. Den fahr ich ab und zu mal abends besuchen. Das ist ein ehemaliger GN-Kollege von mir. Den kenne ich auch schon seit zig Jahren. Ansonsten habe ich wirklich komplett gebrochen mit der Geschichte. Was ja auch gut ist, weil alles hat seine Zeit. Ich bin mit meiner Freundin zusammengeblieben von hier. Corona hat uns aus dem Game rausgedrückt, mehr oder weniger. Und bin ich auch gar nicht traurig, dass ich so den Absprung mit ihr geschafft habe. Und jetzt nach Corona geht es weiter für alle. Ja. Ob sie jetzt noch so Geld verdienen wie vorher, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ist auch eigentlich wurscht. Auf alle Fälle geht das Geschäft weiter. Ja. Und alles hat sich wieder so ein bisschen normalisiert. Wo überhaupt glaube ich alle froh sind. Auch die Touristen. Ja. Weil das war ja hier. Guck mal. St. Pauli ist ja so ein Urkult-Denk. Und das war ja vom Aussterben bedroht dadurch. Durch diese Geschichte. Darf man nicht vergessen, was die Leute alle für Schwierigkeiten hatten. Die Ladenbesitzer, die hatten leere Läden und mussten trotzdem Miete weiterzahlen. Genau. Die waren ja alle mit Kosten überschüttet auf einmal. Ja. Jetzt würde einer oder andere sagen, ja, die haben sich auch jahrelang die Taschen dick gemacht. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wenn auf einmal der Hahn zu ist und die Kosten gehen weiter, dann ... Und es ist ja nicht so, dass hier alles Millionäre sind, die hier einen Laden haben. Viele müssen kämpfen und gucken, dass sie zurecht kommen. Aber guck mal, jetzt sind wir hier auf dem Beatles-Platz. Jetzt sind wir auf dem Beatles-Platz. Vielleicht kannst du ja kurz was zu den Beatles erzählen, dass die eigentlich hier ... Ihren ersten Auftritt hatten, ne? Richtig? Genau. Ihre Karriere haben die hier gestartet. Die Beatles haben tatsächlich, jeder kennt die Beatles, die bekannteste Band der Welt. Die hatten hier, in welchem Laden denn? Sechs, nee. Irgendeinen, so einen kleinen Laden. Also hatten die Auftritte. Kleine Bude, hier hatten sie ihren ersten Auftritt. Und deswegen gibt das so zum, ja wie sagt man, zum Tribut nochmal hier den Beatles-Platz. Moin Jungs! Den Beatles-Platz. Und deswegen gibt es hier diese Figuren. Da kannst du dich dann reinstellen und kannst ein Foto machen halt. So als kleine Attraktion. Genau, das sollen die Beatles darstellen. Genau. Und das war ja damals eine coole Zeit. Ich habe letztens, vor einem halben Jahr circa die Doku gesehen, aber ich habe vergessen, welcher Laden. Ja, da gibt es noch alte Bilder von uns. Das ist echt krass. Könnt ihr mal googeln, Beatles erster Auftritt Hamburg Reeperbahn oder so? Also sehr interessant. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020